Es ist wieder soweit. Zoe braucht neue Nägel. Wir waren recht früh dran, deswegen sind wir nochmal schnell zum Rossmann gefahren. Da Zoe Gutscheine bekommen hat, hat sie sich da so ein paar Sachen ausgesucht. Und ich wollte unbedingt den neuen Lipgloss von Maybelline haben. Der ist so ein bisschen mit Chili. Dann habe ich mir noch das geholt. Das ist auch neu von Maybelline. Das Ganze muss ich aber auf jeden Fall noch testen. Dann hat Zoe sich hier die Sachen noch mitgenommen. Das ist immer die Wimperntusche, die Zoe benutzt. Und natürlich diesen Lip Liner. Das hier habe ich jetzt einfach mal auf gut Glück mitgenommen. Keine Ahnung, ob es gut ist. Ich habe mir dann auch noch Hustenbonbons mitgenommen und Zoe hier im Babybrei. Wer von euch isst bitte auch noch Babybrei, Leute? Ich kann das nicht glauben. Dann sind wir auf jeden Fall ins Nagelstudio gefahren und wir lieben es da. Es ist dort so schön. Diesmal musste ich einfach nur auf Zoe warten. Heißt, ich saß da rum und habe in Ruhe gegessen. Das ist dann der Zwischenstand von Zoes Nägeln. Das Geile an dem Nagelstudio ist, man kann draußen alles beobachten. Dann hat Zoe sich hier so eine Farbe ausgesucht. Es sollte diesmal rosa werden. Dann noch schnell unter die UV-Lampe. Und das ist das fertige Ergebnis von Zoe. Warum ihr euch fragt, warum ich den Vlog bespreche, Zoe hasst es, Vlogs zu besuchen.